da steht er dodo miserario miserarium klingt sehr da oben ist ja da müssen wir hin sehr gut formuliert kriegsfreit ich bin immer wieder stolz dein deutsch dadurch kommen neue käfig anscheinend die sich auch nicht bewegen da oben ist eine erinnerung das ist sehr gut zu wissen und da will ich auch definitiv ran so was kackt mich richtig an das spiel ich weiß dass irgendwo irgendwas ist aber ich weiß dass ich da reinkommen ich glaube an der erinnerung kommt man sowieso vorbei ich glaube an vielen ich habe mir die hälfte zirka ist versteckt also ich doch schon was damit gehen die käfige von danach durften dann wollen wir uns sporten die gehen von da noch dort kann schon wieder meine waffe nicht wechseln was ist das denn für eine scheiße hüpfen und hüpf so dick seinen käfig zu dann schläft der vogel alles als würde man eine kerze ausblasen schläft den schlaf der gerechten die mama und papa nach zehn uhr bewusstlos das ist hart ja wir speichern hier schon wieder also drückt es tut mir wahnsinnig leid ich weiß nicht woran es liegt und wenn das irgendwie weiß schreibt in die kommentare lecken über das gesicht und heute ist der kann plan wie viel denn die folge wird erst wir sind gerade in der ersten zweiten dritten folge ist wie viel vor also in der siebten wird erst heute aber meine wagen von kein gehör und so wirst du dich gleich fühlen wie ein rummer in dem man den fall in den kochtopf geworfen hat der erste mehr oder weniger boss im konto also hier gibt es tatsächlich recht die geburt der ist noch nicht so der fein von jedem bosse kommt hier haben wir gerade mal zehn tschins als hinweis johann mitgenommen da kommt das ding hoch dann stellen wir hier doch mal ein gewicht drauf das hätte man ja fast ohne geschafft schon glaubt da hinten soll man nicht hin hebel wöle pöle jetzt wir von jetzt rückwürgen freunde nicht nachlassen jetzt ja kerl ist ein bisschen geklappt da kommen wir her oder das müssen wir noch zurück oder das mühl schlucker wer aufgewacht hat weiß was es mit dem ding auf sich hat eierfülle nein Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa und schon wieder kann ich nicht abwählen aber ich weiß gar nicht es hat schon einen grund warum ich hier drücke du Ficke nicht 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 Das ist okay. Gehe auf ihm dann. Alter Falter, deswegen kann man weitere schrubbeln, boah, ich muss einen kurzen Schluck Trinken, ich habe Kopfschmerzen, Alter Falter Oh, schon besser Oh, das tut mein Kopf Eigentlich trinkt viel zu wenig Hier können wir uns in Luft jagen Dahinter können wir als kleine Person weiter Da ist der Blechroch So 191 Zähner haben wir bereits Also blocken kann man nur, wenn man jemanden im Target hat Was, da war eine Flasche, haben wir eine Flasche da gerade gefunden? Moment, hat er eine Flasche gefunden? Äh Haben wir gerade eine Flasche gefunden? Der Raum ist clear Ja, das ist mal eine Flasche gefunden Mein Gott ey Grießt frei, ich bin ein bisschen aufmerksamer Schlurzel So ist ja das Tuckatuck aufzulaufen und der Fasche Oder du, 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 was denn du? Was willst du machen? So, jetzt geht es für mich hier nach oben Nein Ich warte lieber Dann Dann Laufen Hier oben ist keiner Ich traue dir nicht Das ist schon seine Gründe warum Die Spiele spielt nicht zum ersten Mal Ich weiß, wie ihr habt gefragt, ihr seid Aber ich liebe die Spiele einfach sooo dolle Wenn ihr Spiele kennt, die auch so in diesem Stil sind Dann immer her damit Würde ich mich wahnsinnig darüber freuen So, hier mal ein bisschen den Kopf mastieren lassen Mal umgucken, wie ich das alles da passen, ne? Kennt ihr ja So, das nächste Tuckatucka Den Saft abdrehen Halter, Falter Du glaubst wohl, das kann uns aufhalten Irrto, ich verschwinde Du kriegst mich nie, versuch das gar nicht Versuch das gar nicht Genau Das erste Mal, wir kriegen Nee Doch Ihr könnt es euch bestimmt schon denken Dies ist ein Irrtum Hier haben wir abgebildet Und die ganzen Dinge, damit sie schön stehen für uns Wir können jetzt rüberlaufen Hand geht für uns auch noch hoch Gucken, haben wir etwas verpasst Nein Ziehen am Rebbel Und Müllschlucker geht auf Beine springen rein Alles ist fein Wir natürlich hinterher Obwohl wir kein Müll sind Hysteria, die überlegen Chancen gemeint, wenn man kurz vor Mexito steht So, mein Lieberhutmacher Erwarte keinen Dank von mir Bevor ich nicht wieder vollständig Ein-Aus-Hun-Auf-Lor-Wer Sekretär Schieße lang Ähm, klatsch Ähm, Hockern Ähm, ähm Du oller Drecksack Blasch hatten wir schon Okay, sehr strange Ich mein, wir bringen in die Beine Kann gar nichts machen Und sagt Ja, nicht ausmauern Ich danke dir und nicht befreund Fällig bin Ich wollte immer mal Da oben genau in die Mitte schießen Da, wo jetzt dieses goldene Siegel ist Aber es geht einfach nicht, glaube ich Schade, schade Schokolade Ähm, zurück Ich weiß doch, was passiert Ich bin mir doch über die konsequenten dieses Handelns bewusst So, sieben Minuten haben wir noch circa Oh, wie schade Oh, wie schade Oh, wie schade Nur noch Trockenbrot und keine Chokonade Wülle Aber dem Bereich ja auch geschafft Jetzt geht's ab zu schmalzen Wieder gern Wenn ich die Uhr dafür finde Höh Ja Bin ich denn jetzt beklopst? Die wieder abschließend nicht schweine schnauzen Eigentlich ja nicht, oder? Die Erinnerung hatten wir auch schon Kenne ich doch Hä? Moment Die Dinger sind schon da Sag das doch Nein, das ist keine neue Erinnerung Nicht, dass ihr denkt Grüezi Mua Mua Ist die alte Genauso hier mit der Flasche eben da Und ab geht die Post Bereite Augen Ports Achtung Tschüss auf Family Kann ich einfach berühre ich mal voll zurück Ist Seh ich nicht okay Ein guter Arbeiter ist ein lebendiger Arbeiter Frei zu leben Und zu arbeiten Ein schlechter Arbeiter ist ein toter Arbeiter Die Stufen zur Erleuchtung der Helle sind glück Aber die Stufen sind steil Nehmt sie eine ab der andere Nehmt sie eine Schmaugen Schmaufen wiederkellen Ach der andere Darum steht irgendwas Oh nana 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 Ich weiß, dass man mit der Pfeffermühe raufbrettern muss, du Rüsse. Ich weiß nicht, ob mir dieser gelbe Schleim hier gefällt. Ich glaube, das ist Käse. Wir ringen die Katze auf. Okay, das heißt, wir müssen hier weiter. Nur ein bisschen lang. Hier haben wir hier ein Werlplakat. Willkommen in der Industrie, Willkommen in der Industrie. Eure Neuer Anführer. Stand da drauf. Die Karten... Abfallenden... Scheiße, was ich jetzt wissen. Ab... Die Kadenz. Abfall im Überfluss. Heute endet die Verrücktheit des Hutmachers. Okay. Bist du wirklich verrückt? Ich hab noch ein bisschen durchgedreht. Oh ja, da hinten, ne? Seht ihr? Bist du wirklich mal rausgeschmissen? Oh nein, ne? Oh nein, eine TK. Oh nein... Oh nein, eine TK. ... einfach mal rausgeschmissen werde, weil die irgendwer in Artikel schreit. Boah, geh doch von der richtigen Seite, du Scheißkant... Nö. Oh, gerettet alles. Das ist ja echt gut gerettet. So. Boah, war das knapp. Nicht mitgerechnet, dass es das einfach so schaffe, rüber zu springen. So, auf Anhieb, auf gut Glück eigentlich sogar schon. Da sollten wir nicht rauf springen. Da hinten ist eine Erinnerung von zuhause. Oh, ich liebe Erinnerungen von zuhause. Jetzt lässt du noch. Mit dem Gasanschluss sparen wir uns Kosten für Kerzen und Öl und können nach Brighton, Alice. Nach Brighton. Nach Lawin. Es gibt keinen Sinn, Gris. Ich weiß. Müssen wir hinlang. Da oben, ja, wie kann man hin? Gar nicht. Ja, sind begiftigt Tekan. Aber unten sind Zähne. Aha. Wir haben hier einen Lock. Ich würde gerne mal speichern. Wäre das denn eventuell möglich? Speichern. Aufnahmestopp. Ja? Nein. Hallo? Oh, wie schade. Oh, wie schade. Nur nach trockenbrot und keine Schokolade. Wo soll ich denn von hier aus hin? Spinnst du? Nein. Hier hin nicht. Ist da irgendwas? Oh ja, da ist irgendwas. Ich hätte voll nicht gesehen, zuerst. So. Oh. Trollol lo 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 lo. Bin ich außen rumgesprungen. So, auf die Plattform. Ich hoffe er speichert, ey. Uäh. Woh? Muss eh'n. Da. Ich liebe dieses Kleid, und dieses Mädchen und dieses Spiel. Ich liebe nicht so selber am meisten. und blumen industrie heißt fortschritt betätige den hebel um das metall zu kühlen okay er speichert super dann werde ich hier in offenen stopp machen wir sind in einer weiteren folge der stelle stört bis dahin ich richte das von euch bei euch gris bei wir sind im kampf